Willkommen bei Mathe mit Rick. Ich habe eine schöne neue Abi-Aufgabe mitgebracht, beziehungsweise, so neu ist sie nicht, von 2018. Prüfungsteil A. Wir sind im schönen Bayern. Und auch wenn du nicht aus dem schönen Bayern kommst, mach trotzdem eine Runde mit. Wir rechnen die beiden Aufgaben 1 und 2. So, lesen wir doch mal. Geben Sie für die Funktionen F1 und F2 jeweils die maximale Definitionsmenge und die Nullstelle an. Hier sehen wir die Funktionsgleichung von F1, hier sehen wir die Funktionsgleichung von F2. Gebrochenrationale Funktion und eine Logarithmusfunktion. Aufgabe 2. Geben Sie den Term einer in R definierten Funktion an, deren Graph im Punkt 2,1 eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat. Alright. Insgesamt gibt es für diese beiden Aufgaben 7 Punkte. 4 für die erste, 3 für die zweite. Mein Vorschlag? Pausier gerne einmal das Video, rechne die Aufgabe einmal selbst und schau dir dann an, wie ich das gemacht habe. Das ist besonders effektiv. Selber eine Runde rechnen, dann nochmal nachschauen. Unser Gehirn ist dann in verschiedenen Bereichen aktiv. Und das ist gut. Okay. Jetzt gerne das Video einmal pausieren und selber eine Runde rechnen. Let's go. Okay, dann schauen wir mal rein, wie ich das gemacht hätte. Ich markiere als allererstes die Operatoren. Damit fange ich an. Warum mache ich das? Naja, weil ein Operator immer eine Info darüber enthält, ob der Rechenweg mitbepunktet wird oder eben nicht. Hier habe ich zweimal den Operator angeben. Als nächstes markiere ich hier in grün die gegebenen Infos. f1 ist gegeben, eine Funktionsgleichung, f2 auch. Und dann in der zweiten Aufgabe, dass wir, naja, einen Term einer Funktion angeben sollen, die in R definiert ist und deren Graph im Punkt 2,1 eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat. Was das im Detail bedeutet, ist noch nicht so wichtig. Wir markieren das erstmal. Erstmal nur die gegebenen Dinge markieren. Als nächstes markiere ich die gesuchten Dinge. In Aufgabe 1 jeweils maximale Definitionsmenge und Nullstelle. In Aufgabe 2 ist der Term einer Funktion gesucht. So. Und das ist immer das, was ich als erstes mache. Lesen, Operator, gegeben, gesucht. Diese vier Steps bearbeite ich, bevor ich überhaupt irgendwas als Lösung aufschreibe. Ja, und jetzt zeige ich dir mal meine Lösungen. Wichtig nochmal, ne, kurzer Disclaimer. Das sind meine eigenen Lösungen und nicht die offiziellen Lösungen vom Bundesland Bayern. Ja, let's go. Lösung zu Aufgabe 1 und ich schreibe das wieder genauso auf, wie ich es auch im Abi damals gemacht habe und auch immer wieder tun würde. Also, erstmal gegeben, f1 von x und f2 von x, dann gesucht, zunächst die maximale Definitionsmenge von f1 und f2 und dann die Nullstellen. Okay. Definitionsmenge von f1. Wie gehen wir vor? Wir haben hier eine gebrochenrationale Funktion. Wir haben gesagt, wenn wir uns die Definitionsmenge einer gebrochen rationalen Funktion anschauen wollen, schauen wir in den Nenner. Ja, denn durch Null dürfen wir nicht teilen. Definiert sind also zunächst mal alle Zahlen, alle reellen Zahlen, außer diejenigen, die dafür sorgen, dass der Nenner zu Null wird. Welche x-Werte sorgen denn dafür, dass der Nenner zu Null wird? Naja, und dafür setzen wir den Nenner gleich Null. Wir schauen uns also die Definitionslücken an. x²-4 ist gleich Null, das ist der Nenner. Und das sind hier gleich die Ausnahmen im Definitionsbereich, eine Lösung dieser Gleichung, sorgen dafür, dass der Nenner zu Null wird. Und die dürfen wir dann eben nicht einsetzen. x ist plus minus 2 und ich ziehe 4 rüber, plus 4 und ziehe dann noch die Wurzel, habe ich plus 2 und minus 2. Und wenn ich das hier oben einsetze, kommt eben Null im Nenner raus. Und durch Null dürfen wir nicht teilen. Demzufolge kann ich hier aufschreiben, Definitionsbereich der Funktion 1 ist r außer plus minus 2. Ne, außer 2 und minus 2 darf ich nicht einsetzen, denn dann würde der Nenner zu Null werden. So würde ich das aufschreiben. Wichtig aber für diesen Rechenweg hier in Zeile 7 und 8 gibt es keine Punkte, denn der Operator heißt, geben sie an. Du kannst das auch direkt so aufschreiben, wenn du das siehst. Aber da vorsichtig sein, nicht, dass du dann irgendwie so quick and dirty mal raufguckst und dir denkst, irgendwie 2 ist die Ausnahme im Definitionsbereich und dann bist du fertig. Das wäre nämlich falsch. 2 und minus 2. Also sicherheitshalber gerne noch den Weg hier aufschreiben. Wäre ja schade, wenn wir schon am Anfang Punkte verlieren würden. Genau, bei der ln-Funktion sieht es folgendermaßen aus. Logarithmus von x plus 2, da setzen wir das, was im Logarithmus steht, größer als 0. x plus 2 größer als 0. Und dann ziehen wir 2 ab auf beiden Seiten und dann steht hier x größer als minus 2 und das ist schon mein Definitionsbereich. Schreibe ich noch ein bisschen schöner auf. df2 ist gleich das Intervall von minus 2 bis unendlich. Minus 2 selbst ist nicht dabei. Hier steht x ist größer als minus 2. Die Klammer muss hier also nach außen zeigen. Auch wieder total wichtig. Weil wenn ich minus 2 einsetzen würde, hätten wir ja minus 2 plus 2. Das wäre 0. Logarithmus von 0 ist auch nicht definiert. Auch hier reicht es, den Definitionsbereich so anzugeben. Du brauchst keinen Rechenweg, denn der Operator heißt, geben sie an. Okay, dann haben wir noch die Nullstellen. Hier starten wir mit der Nullstelle von f1. Nullstelle heißt ja immer, wir schauen uns zwei Steps an. Step 1 und Step 2. Notiere die notwendige Bedingung und löse die Gleichung. Notwendige Bedingung heißt f1 von xn ist 0. Einfach immer aufschreiben und dann setzen wir die Funktionsgleichung 0. Indem ich das tue, schreibe ich hier nochmal ein N-Ran an das x, weil jetzt betrachte ich nur noch die Nullstellen. Typ, Bruchgleichung, Tool, Definitionsbereich angucken und mit dem Hauptnenner multiplizieren. Den Definitionsbereich haben wir uns schon angeschaut. Nach alle realen Zahlen außer 2 und minus 2. Und dann können wir ganz easy mit dem Hauptnenner multiplizieren. Der Hauptnenner heißt hier xn²-4. Übrig bleibt die Zählerfunktion 2xn plus 3 ist gleich 0. Naja, ziehe ich noch 3 ab, Teil durch 2, komme auf xn gleich minus 3 halbe. Nullstelle von f2. Ich notiere die notwendige Bedingung. f2 von xn ist gleich 0. Okay, ln von xn plus 2 ist 0. Ich kann jetzt hier direkt exponentieren, weil der Logarithmus schon isoliert ist. Durch Exponenzieren löse ich das, was im Logarithmus steht, hier raus. xn plus 2 bleibt übrig und auf der rechten Seite steht noch e hoch 0. e hoch 0 ist 1. Und jetzt subtrahiere ich auf beiden Seiten der Gleichung 2. Und dann komme ich hier auf eine Nullstelle und die hat einen Wert von xn gleich minus 1. Hier siehst du den Graphen der Funktion f1, der Graph einer gebrochen rationalen Funktion. Und ich zeige hier schon auf den Schnittpunkt mit der x-Achse, der hat die Koordinaten minus 1,5 und 0. Da sehen wir auch die Nullstelle bei minus 1,5, also minus 3 halbe. Man kann ja auch die Definitionslücken schön sehen. Bei minus 2 und 2 verlaufen hier also senkrechte Asymptoten. Und das sind ja auch die Definitionslücken. Da ist der Graph der Funktion, da findet der nicht statt und die Funktion ist da eben nicht definiert. Hier sehen wir den Graphen der Funktion f2. Ich zeige schon auf den Schnittpunkt mit den Koordinaten minus 1 und 0. Nullstelle also bei minus 1 und das ist auch der Graph einer oder der Graph der Standard-Logarithmus-Funktion um zwei Längeeinheiten nach links verschoben. Okay, Aufgabe 1, relativ simpel, nur 4 sichere Punkte, Definitionsmenge und Nullstelle. Easy. Jetzt schauen wir uns noch Aufgabe 2 an. Geben Sie den Term einer in R definierten Funktion an, deren Graph im Punkt 2, 1 eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat. Schauen wir mal rein. Ich schreibe erstmal soft auf. Gegeben, der Graph hat in 2, 1 eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt und gesucht ist der Funktionsterm. Aufgaben dieser Art würde ich in zwei Steps lösen. Das geht häufig. Step 1 heißt, gib den Term einer Standard-Funktion an, die genau diese Eigenschaften erfüllt. Und Step 2 heißt, passe den Term an. Okay, ich überlege also zunächst einmal, gibt es einen Standard-Funktions-Graphen, der irgendwo eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat. Gibt es das? Und da komme ich auf f von x gleich x hoch 3. Wie komme ich darauf? Naja, dieser Funktions-Graph oder der Graph dieser Funktion hat eben im Punkt 0,0 einen Sattelpunkt. Und wenn der in 0,0 einen Sattelpunkt hat, dann hat der in 0,0 auch eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt. Und das ist so entscheidend. Ich überlege erstmal, was heißt denn waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt? Das heißt Sattelpunkt. Und welche Funktion fällt mir als erstes ein, wenn ich Sattelpunkt lese? Na klar, die Funktion f von x gleich x hoch 3. Das ist die Überlegung. Waagerechte Tangente, aber kein Extrempunkt, heißt Sattelpunkt. Welche Funktion hat denn Sattelpunkt? Na, auf jeden Fall f von x gleich x hoch 3. Und zwar hat die einen Sattelpunkt in 0,0. So, und als nächstes, naja, verschieben wir den Graphen dieser Funktion so, dass der Sattelpunkt eben nicht mehr in 0,0 ist, sondern in 2,1. So, Step 2 also passe den Funktionsterm an. Ich verschiebe zunächst um zwei Längeinheiten nach rechts. Dann entsteht die Funktion g und die folgt der Gleichung. g von x gleich in Klammern x minus 2 hoch 3. Ich ziehe also von diesem x hoch 3 im x, im x, ja, 2 ab. Ja, dann verschiebe ich nach rechts. Das ist nicht ganz so intuitiv, weil ich hier Minus schreibe. Minus heißt, ich verschiebe nach rechts. Im x abziehen heißt, ich verschiebe nach rechts. Im x hinzu addieren heißt, ich verschiebe nach links. Das ist genau andersrum, wie man es vielleicht denken würde. Dann liegt der Sattelpunkt im Punkt 2,0 und jetzt noch um eine Längeinheit nach oben verschieben. Jetzt addiere ich zur gesamten Funktion hinzu. Also zu jedem Funktionswert addiere ich 1. Dann entsteht eben g von x plus 1 oder anders gesagt x minus 2 in Klammern hoch 3 plus 1. Und das ist dann der Term der Funktion h. h von x ist gleich in Klammern x minus 2 hoch 3 plus 1. Und diese Funktion h, die hat im Punkt 2,1 einen Sattelpunkt und somit in 2,1 eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt. Okay, das ist das Setting. Ich habe am Anfang nur den schwarzen Punkt und hier diese lila Tangente. Also in 2,1, hier 2,1, da soll der Graph der Funktion eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt haben. Ich starte mit diesem roten Graphen hier. Also mit dem Graphen der kubischen Funktion f von x gleich x hoch 3. Jetzt verschiebe ich diesen Graphen um zwei Einheiten nach rechts, denn hat der hier im Punkt 2,0 einen Sattelpunkt. So, und dann verschiebe ich noch um eine Längeinheit nach oben. Dann entsteht hier dieser blaue Graph. Das ist der Graph der Funktion, wie haben wir sie genannt? h. Rot und grün brauchen wir nicht mehr. Hier können wir das schön sehen. Der Graph der Funktion h, der blaue Graph, hat im Punkt 2,1 eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt. Okay, ich denke sicherlich, Aufgabe 1 ist so ein Standardding. Das kriegen wir hin für vier Punkte. Da muss man ein bisschen mehr schreiben. Einfache, kleine Aufgaben, einfache, kleine Rechnungen. Bei Aufgabe 2 muss man schon ein bisschen überlegen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du zu diesen Aufgaben denkst. Wie schätzt du diesen Schwierigkeitsgrad ein? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Abi-Video wieder. Da rechnen wir wieder eine Runde und dann bereiten wir uns langfristig aufs Abi vor. Ich freue mich wieder auf dich. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick